Jetzt den Schnaulen-Verbeiflug, die MRR. Wunderschönes Flugbild, er fliegt wirklich sehr original und treu. Mit auch vielen Spuren in die Umreissen. Das ist auch sehr viel wert. Die meisten Piloten können zwar Rancro fliegen, können die Figuren fliegen, aber wirklich ganz geradeaus fliegen, das ist etwas, was nicht alle können. Was mich noch daran erinnern, auch bei uns haben wir Wettbewerb gemacht, zum Beispiel so geradeaus fliegen oder ein ganz ganz schöner Looping. Und das ist gar nicht so einfach wie das aussieht. Ich bin ungefähr nicht einfach loslassen, sondern er muss einfach noch recht viel steuern. Das ist das Modell rückwärts schön, aber raus in die Pistenachse ist gleich fliegen. Natürlich ist der Sound absolut gut übertroffen, was er uns hier zeigt.